Hallöle! Mal wieder ein fruchtiges Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Wir sind ja beim letzten Mal in diesem kleinen netten Örtchen Hateno angekommen. Und hier gibt es nicht nur irgendwelche Musterhäuser, sondern auch einen Schrein. Und eventuell ein Haus, was wir sogar kaufen können. Da hinten auf der anderen Seite der Brücke, das soll nämlich abgerissen werden. Und da sollen wir mal mit dem Chef sprechen. Und ich hoffe wirklich, dass wir dieses Haus kaufen können. Und dann können wir vielleicht ein paar Möbel dafür machen. Und uns wirklich so ein kleines Häuschen einrichten. Wo wir dann, wenn wir die Welt gerettet haben, in Ruhe alt werden können. Richtig, richtig cool. Das wäre richtig nice, wenn man das machen könnte. So, jetzt machen wir diesen Schrein hier eben schnell fertig. Mal gucken, was wir machen müssen. Das klingt irgendwie seltsam. Aber wir haben schon wieder irgendwas mit Kugeln. Kugeln, die rollen. Okay, was ist das da oben? Oh, ich muss das jetzt lenken. Das ist ein... Oh, das ist ein... Hier dieses Murmelspiel. Das ist ja lustig. Ähm, so, so, so. Uah, 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 zu weit. Verdammt. Jetzt kommt die Kugel wieder runter. Das ist gar nicht so ohne. Wie mache ich das am besten mit den Schatztruhen da? Muss ich die einfach nur umrollen? Gut, 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 gut. So, zurück. Irgendwie... Muss ich das schon extrem kippen, damit die Kugel überhaupt reagiert. Aber dann habe ich Angst, dass die Kugel mir zu weit rollt. Ja, die rollt da einfach viel zu weit. Uah, ist ja nervig. So, das können wir ein bisschen beschleunigen. Das sollte machbar sein. Puh. Ah, wir sind da einmal zu hoch. Ich kriege das nicht hin, dass das hinten nicht zu hoch ist. Ich sehe das leider auch nicht. Ob das hinten zu hoch ist oder nicht. Jetzt ist es hier zu hoch. Äh. Kann ich das nicht irgendwie per... Per Control-Stick oder sowas steuern? Das fände ich hundertmal besser. Anstatt das jetzt hier mit der Bewegungssteuerung zu machen. Das ist mir echt zu doof. Okay. Vor allem das dreht sich jetzt so ganz komisch. Und das ist hinten anscheinend viel zu hoch. Immer. Es ist immer noch zu hoch. Und es kippt auch schon fast nach unten. Es sieht so ganz komisch aus. Äh, ich möchte das teilweise wieder gerade kriegen. Wie kriege ich das jetzt wieder gerade? Äh, kann ich das nicht irgendwie zurücksetzen? Ich halte mein... Ich habe mittlerweile mein Gamepad komplett gerade in der Hand. Okay, jetzt habe ich die Mauer getroffen. Das ist ein bisschen komisch. So. Wir starten das nochmal von vorne. Jetzt wird es zu Glück zurückgesetzt. So, 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 so. Ja, ja, ja. Komm, komm. Jetzt ein Stück zurück. Und zurück. Äh. Ich muss da später wahrscheinlich rein, würde ich jetzt mal sagen. Uah, das wird jetzt richtig fies mit der Kugel. Da muss ich bestimmt jetzt... So. Ja, viel zu weit wahrscheinlich. Oder? Nein, es hat geklappt. Wie cool. Jetzt können wir hier mal rüberfliegen. So, jetzt geht das Tor auf. Aber... Wir haben natürlich gesehen, dass da oben... ...ein Schatz drinne versteckt ist. Den holen wir natürlich schnell. Uah. Kann ich denn wenigstens hier... Nein, ich kann nicht da rüberklettern. Aber wir müssen zum Glück nicht komplett einmal durchlaufen. Ein Ischenbogen. Ähm. Der ist jetzt nicht so ganz gut. Aber den können wir mal wegwerfen. Dann können wir den wenigstens mitnehmen. Jo. So. Wir haben auch mit unserer Heugabel. Die finde ich echt gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir leider ein kleines Problemchen. Wir müssen abstürzen. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht immer noch da rauskommen. Doch. Wir haben ein kleines Problem. Ähm. Wie bekommen wir das jetzt wieder... ...richtig? Das ist eine gute Frage. Wie bekomme ich das jetzt wieder richtig? Komme ich darüber? Ich probiere es einfach mal. Und das müsste klappen. Okay. Das ist fies. Aber ich muss gar nicht hier oben hin. Ich muss da unten hin. So. Dann haben wir das, glaube ich, auch schon... ...geschafft. Jo. Cool. Der war ja recht simpel. So. Jetzt haben wir... ...ich glaube, elf Stück. Ja. Fehlt wieder genau einer. Ich hoffe, dass in dieser Stadt immer noch irgendwo... ...eine Statue versteckt ist. Die habe ich bisher auch noch nicht gefunden. Mal gucken. Dann können wir uns endlich zwei neue Herzen geben lassen. Fast sogar drei. Ähm. Falls wir denn eine finden. Aber jetzt können wir uns ja immer hierher teleportieren. Das ist ganz cool. So langsam entdecken wir die ganzen Orte. So. Ich habe nur keine Ahnung, wo wohnt denn der Chef in diesem Dorf? Und wo könnte denn rein theoretisch... ...ne Quest. Cool. Oh, guten Tag. Oh, du bist nicht von hier, oder? Vielleicht kannst du mir helfen. Ähm. Siehst du die drei Zedern hoch oben auf dieser Bergkette? Ja. Mir ist ein altes Buch in die Hände gefallen und irgendwo zwischen den Seiten steckt ein kleiner Zettel. Wenn aus drei Zedern eine wird, schießt du richtig. Gehe auf das Meer zu und finde die Prüfung im Fels. Da stand auf dem Zettel. Ähm. Man muss sicher von den drei Zedern aus in Richtung der Armosia-Küste im Osten gehen. Und diese Prüfung im Fels, das kann doch nur heißen, dass dort ein Schatz zu finden ist. Aber ich habe ein Kind. Und diese verschneiten Berge zu überwinden, das würde ich eh nicht schaffen. Also überlasse ich dir den Schatz. Such ihn und erzähl mir dann davon. Cool. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass das Ganze ein Schrein ist? Alles andere würde keinen Sinn ergeben. Ich will neue Klamotten. Ah, noch eine Quest. Du, bist du auf Reisen? Hast du im Gaster auf Sahel übernachtet? Nein. Nein? Heißt das etwa? Du hast doch nicht etwa vor, hier in Hateno zu bleiben, oder? Ähm. Mal überlegen. Das kann ich so nicht hinnehmen. Ich habe schon genug Privalen. Ach, vergiss, was ich sagte. Ist nichts. Uns geht es zwar gut hier, aber da draußen wird es immer schlimmer, was man so hört. Deshalb gucke ich hier, ob irgendwelche Fremden sich an Fräulein Primella... Äh, ich meine, ich stehe hier wache und stelle sicher, dass keine Fremden den Frieden in unserem Dorf stören. Ja, so welche wie du zum Beispiel. Viel wichtiger, hast du Fräulein Primella schon getroffen? Nicht, dass es mich interessiert. Aber wenn du sie triffst, halte ich mit deinem jugendlichen Charme etwas zurück. Ach, wenn nur nicht alles so schwierig wäre, was soll ich ihr bloß schenken? Ach ja, sag mal, welches Geschenk könnte Fräulein Primella vom Gasthaus Sahel wohl gefallen? Ähm. Es geht um den Freund eines Freundes. Der ist verliebt und hat mich um Rat gefragt. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Ich finde das cool, dass der kleine Junge voll begeistert ist von diesem Reiter hier. Er rennt voll hinterher. Voll süß. Was ist das hier für ein Haus? So, wir können ja mal... Wir können ja mal... Ein Tagebuch. Das Geheimrezept, das selbst Vater aus den Socken haut. Zuerst braucht man einen Rüstungskürbis für den Eintopf außer dem Milch, Tabanta-Weizen und Ziegenbutter. Ja, Kürbiseintopf. Ich finde es halt echt schade, dass es kein Kochbuch gibt. Also, dass man so ein Buch hat, wo dann jedes Kochrezept eingetragen wird, was man quasi jemals gekocht hat. Das heißt, man muss die Sachen wirklich erst entdecken. Muss so ein bisschen ausprobieren. Das hätte ich halt viel, viel besser gefunden. Dann hätte man wirklich... Oh, hier ist so eine Statue. Hier ist eine Statue. Beten. 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 Ja, ich erbitte Herzen. So. Cool, cool, cool. Aber das mit den Kochrezepten, wie gesagt, das fände ich halt echt viel, viel besser. So kenne ich es halt auch aus anderen Spielen. Und so muss man halt auch mal wirklich verschiedene Sachen kochen. Weil ich habe so das Gefühl, man schnappt sich einfach die einfachsten Zutaten oder das, was am besten was bringt und kocht eigentlich nur noch das und fertig. Alles andere braucht man gar nicht. Cool, cool, cool. So, wir haben sechs Herzen. Ein Schrein fehlt leider noch. Dann hätten wir sogar ein siebtes Herz gehabt. Aber trotzdem sehr nice. So, wir fragen jetzt mal Frau Sanella. Primella heißt sie doch. Genau die hier ist das wahrscheinlich. Ja, bitte. Was mögen sie so? Was soll das denn jetzt bitte? Ich sage einfach irgendetwas. Also, ich mag Heuschrecken. Heuschrecken. Am liebsten würde ich umgeben von 100 Ausdauerschrecken leben. Wer es glaubt, wird selig. Ähm. Sie machen das toll. Ähm. Wenn ich dem das jetzt sage, schenkt er ihr dann wirklich 100 Ausdauerschrecken. Das ist irgendwie fies. Vor allem, sie mag die gar nicht. Eigentlich. Da liegt wieder Kochdeckel. Aber wir können hier sonst nie wirklich was machen in den Häusern. Das finde ich ein bisschen schade. Also, ich finde dieses Spiel übelst cool. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, da hätte man noch mehr machen können. Definitiv noch mehr. Auch wenn es halt... Ich kann nicht mal hochklettern. Er klettert überall hoch. Aber so manche Sachen kann man auch nicht hochklettern. Da frage ich mich dann, wieso. Ähm. Er sitzt einfach nur rum. Wir sagen ihm das jetzt einfach mal mit diesen Ausdauerschrecken. Ähm. 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 Ja. Ausdauerschrecken. Ganz, ganz viele. 100. Natürlich. Genau. Diese Verschobenheit machen. Macht Fräulein. Primella so einzigartig. Ah. Das sagt der Freund meines Freundes immer. Aber 100 von denen zu fangen wird ganz schön hart. Hey. Kannst du mir dabei helfen? Ich bin sicher, für dich ist das ein Kinderspiel. Ich wäre auch erstmal mit 10 zufrieden. Kriegst auch eine Belohnung. Ja. Wir müssen 10 Ausdauerschrecken. Wir haben glaube ich nicht mal eine, oder? Ähm. Haben wir Ausdauerschrecken überhaupt? Ähm. Ähm. Wir haben 5. Cool. Das heißt, so viel fehlt gar nicht mehr. 5 Stück haben wir, 5 Stück fehlen noch. Wo geht's hier hin? Ähm. Ähm. Ach, da geht's in Richtung da oben. Gut. Ich glaube, wir haben unten erstmal alles entdeckt. Das würde ich jetzt mal tippen. Deswegen gehen wir jetzt mal zu Zeldas Vermächtnis. Es ist garantiert noch irgendwo ein Krog drauf versteckt. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber wir sind garantiert noch mehr versteckt irgendwo. Hier hat keine Quest. Und, ähm. Ja, bis hier oben waren wir ja schon mal. Was ist das denn da? Ach, das ist nur ein Blatt. Und. Wo ist denn jetzt dieser. Ach, das war die Frau mit den Ziegen, ne? Das ist die Ziegenfrau. Der. Möchte gar nicht mit uns reden. Guten Tag. Okay. Der. Möchte nicht mit uns reden. Bauernhof und Institut. Also, dass hier ein Schild steht, dass da der Bauernhof ist, das kann ich auch selber sehen. Das Schild ist immer mal überflüssig. Das gehört mal wieder in die Sendung. Mario Barth deckt auf. Und da drüben ist ein Schrein. Hä? Ist da nicht ein Schrein gewesen gerade? Hat das da nicht gerade die ganze Zeit geleuchtet? Doch, da ist noch ein Schrein. So, den markieren wir mal. Den können wir dann irgendwann mal machen. Was ist das? Das ist ein Kind. Ach, die trauen sich hier nicht hoch, ne? Da geht es zum Strand und zum Institut. Die trauen sich da echt nicht hoch. Und die Bäume sehen echt mehr als verdächtig aus. Aber es sind einfach nur Äpfelbäume. Äpfelbäume. Ganz viele Äpfelbäume. Äpfel. Aber hier können wir mal gucken. Ähm. Haben wir irgendwie ein richtiges Schwert? Das ist ein Feuerschwert, ne? Da war zum Beispiel eine Ausdauerschrecke. Dann können wir mal schauen, dass wir die finden. Äh? Achso, jetzt muss erst das Ganze aufgeladen werden. Wir machen das mal anders. Ich glaube, so geht das viel besser. Da finden wir nichts. Oh. Das war nicht geplant mit den Bäumen. So. So. Haben wir jetzt 10? Ich glaube noch nicht ganz. So. Äh? Manchmal sind da voll viele. Manchmal waren gar keine da. Jetzt müssten wir aber 10 haben. Ähm. Die werde ich dann gleich abgeben. Aber erstmal gehen wir nach hier oben. Gefahr. Brave Kinder spielen besser woanders. Ich bin aber kein braves Kind. Ach, da unten ist ja auch noch das. Da ist doch definitiv ein Stein drauf gewesen, oder? Nö. Sieht gar nicht danach aus. Ich dachte, da war ein Stein drauf. Oder doch? Doch, das ist doch ein Stein hier unten, ne? Ich bin mir nicht sicher. Oh, Äpfel. Da ist noch ein Schild gewesen. Das möchte ich mal lesen. Spielen mit den Laternen verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Tja. Solange die Eltern ihre Aufsichtspflicht nicht verletzen, ist das total egal, was da steht. Gefahr. Kehrt um, Kinder. Ich bin kein Kind mehr. Ich darf das. So, was ist das? Heiße Feuerschale, Finger weg. Ach, hier ist sogar ein Teleportpunkt. Ähm. Ach, das können wir gar nicht aktivieren. Guten Abend. Das hier ist das Hatelum-Institut für Antikforschung. Möchten Sie mit dem Direktor sprechen? Genau. Nun, der Direktor ist dort hinten. Er ist sehr beschäftigt. Also bitte fassen Sie sich kurz. Ja. Guten Abend. Ich wette, so viele Bücher an einem Wort hast du noch nie gesehen. Wir sammeln hier alle alte Dokumente, alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden können. Denn wie viele sind es? Schwer zu sagen. Hm. Was du da am Gürtel trägst, ist das etwa ein Shika? Ohne Zweifel, es ist ein Shika-Stein. So ungern ich das zugebe, aber ich habe noch nie im Leben einen echten gesehen. Das ist faszinierend. Und du musst mir sagen, welche Module er besitzt. Ein Stasis-Modul. Aha. Ein Magnet-Modul. Ein Bomben-Modul. Und ein Kyre-Modul. Das waren alle Module? Verstehe. Moment mal. Das ist aber kurios. Besitzt er denn nicht die Basis-Module? Sie müssen irgendwie verloren gegangen sein. Oh. Ich bin vielleicht ein Esel. Jetzt habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Simin. Und du bist Link, oder? Haha. Im Part hat mir alles erzählt. Sie sagte, wenn je ein Jüngling mit Shika-Steinen hier auftauchen soll, auftauchen sollen wir ihm helfen, wo es nur geht. Er sei unsere Hoffnung, die aus dem Schlaf des Lebens erwacht ist. Sein Name ist Link. Oh. Oh. Da fällt mir ein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe zu sagen. Nicht dir, Link. Ach. Frau Direktorin. Frau Direktorin. Das ist ein waschechter Shika-Stein. Ach. Ähm. Oh je. Ich habe ganz vergessen, die Frau Direktorin vorzustellen. Ach. Sie steht direkt dort. Das ist die Direktorin des Hateno-Instituts. Die größte Expertin auf dem Gebiet der Antikforschung. Ist das nicht ein kleines Mädchen? Ich bin selbst Wissenschaftler und bewundere Pura zutiefst. Ich habe das Glück, dass sie mich als Assistenten aufgestellt hat. Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Die Direktorin mag wie ein kleines Mädchen aussehen, aber nein. Du solltest es aus ihrem eigenen Mund hören. Bitte sprich mit ihr direkt da drüben. Joa, werde ich gleich machen. Ich gucke erstmal hier oben. Was ist das? Was ist das? Was habt ihr da? Ist das ein Fisch? Ist das irgendein Roboterfisch oder so? Habe ich hier irgendwas, was ich klauen kann? Kann man die Klappe aufmachen? Kann ich die Klappe aufmachen? Ah, ich dachte, die ist vielleicht magnetisch. Schade. Da bist du baff, was? Nicht Sieben ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Kachinka. Sag mal Link, hast du im Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Ich muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Alles in Ordnung bei dir? Dass du jetzt unversehrt vor mir stehst, ist wohl der beste Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Aber du siehst mich irgendwie so komisch an. Erinnerst du dich überhaupt noch an mich? Die ist auch über 100 Jahre alt? Was? Ich bin bestürzt. Meine Welt bricht gerade zusammen. Dabei habe ich dich doch vor 100 Jahren in den Schrein des Lebens gebracht, als die Verheerung Gano dich erwischt hat. Dort habe ich dich in den Schlaf des Lebens versetzt, damit deine Verletzungen heilen. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Und trotzdem erinnerst du dich nicht an mich? Hm. Wenn jemand im Schlaf des Lebens liegt, gehen seine Erinnerungen flöten. Gleich mal notieren. Oh, tut mir leid. Schlechte Angewohnheit von mir. Immer sofort Notizen machen zu müssen. Machen wir es doch so. Sag mir einfach, was du wissen willst. Unverschämtheit. Beziehungsweise, du kannst es ja nicht besser wissen. Das war nur ein kleiner Betriebsunfahrt. Eingescheitertes Experiment. Oder naja, gescheitert ist es eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oben aufgeschrieben. Aber nur für die Wissenschaft nicht lesen. Oh, aber genug davon. Zurück zum Thema. Die große Rückkehr nach 100 Jahren. Wird unser Held die wiedererstärkte Verheerung Gano besiegen können? Wird er unsere geliebte Prinzessin Zelda retten? Wenn du dich in dieses Abenteuer, diesem Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir dabei helfen, die verloren gegangenen Basismodule deines Schikasteins zu aktivieren. Ja, können wir das endlich mal machen? Ihr redet und redet und redet und redet und redet. Bitte noch einmal, stand da gerade. Ja, das war die richtige Antwort. Dann mach dich doch bitte gleich daran, diese Sache für mich zu erledigen. Was schaust du denn so komisch? Du hast doch nicht geglaubt, ich würde den Schikastein einfach umsonst für dich reparieren. Eigentlich schon. Nach dem Schlaf des Lebens denkt man, alles dreht sich nur noch um einen selbst. Gleich mal notiert. Gut, dann erkläre ich dir mal, was du für mich erledigen sollst. Draußen vor dem Institut ist eine Feuerschale, leider ohne Feuer. Also eigentlich nur eine Schale. Kannst du bitte die blaue Flamme aus dem Flammenborn holen und damit die Feuerschale draußen anzünden. Dann wird das Leuchtsteinchen aktiviert. Du kannst die fehlenden Module wiederherstellen und fertig ist die Laube. Sagen junge Mädchen sowas wie, fertig ist die Laube? Was ist eine Laube? Also ich kenne Gartenlaube, aber ja. Okay. Gut, die reden wir teilweise alle viel zu viel. Oh, ein Seitenausgang. Hier können wir noch hoch. Was ist das hier? Ein Vogel mit Regenschirm und Brille. Ein Frosch mit Regenschirm und Brille. Warum auch immer. Ähm. Verdammt, ich wollte da raufklettern. Ist das eine Kiste? Ne, das ist keine Kiste. Gut, wir klettern hier mal wieder hoch. Hier ist nichts. Da oben schlafen die also. Alter, da hinten ist ein Schrein. Da ist ein Schrein. Okay. Okay. Gut. Das wird noch spaßig. Da drauf ist ein Wächter. Und da oben ist ein Krog. Das war irgendwie abzusehen. Weil gerade auf so einem wichtigen Gebäude. So. Da können wir mal gucken. Da oben ist ein Grünschrein. Da oben sehe ich keine. Ansonsten haben wir hier unten ja überhaupt keine gehabt in der Nähe. Außer den einen da vorne. Da ist noch was hinter. Was ist das? Was ist das? Ist das diese Höhle? Es kann sein, dass das diese Höhle ist, wo wir hin müssen. Ja. Ich würde auch sagen, das war es wieder an dieser Stelle. Teilweise reden die Leute mir hier echt ein bisschen zu viel in dem Spiel. Vor allem, wenn man alles vorlesen muss, ist das halt schon echt nervig. Aber. Ja. Mal schauen, was wir beim nächsten Mal so machen. Ich finde es eigentlich ganz cool, diese beiden Schreine da vorne mal irgendwann zu machen. Da hinten kann man, glaube ich, langlaufen. Und dann können wir da runterfliegen auf den zweiten. Das werden wir aber erst ein bisschen später machen. Erstmal werden wir nächstes Mal diese Ausdauerschrecken abgeben. Und natürlich dieses Feuer anzünden. Das sollte, denke ich, die Höhle sein. Es leuchtet zumindest sehr blau. Ja. Das werden wir aber beim nächsten Mal machen. Bis dann. Und immer schön fruchtig bleiben. Ciao.